Was sind das Schritte? Und eine Maschine? Ich glaube das sind Schritte. Alright. Ja, das sind Schritte! Puh! Alter, wie die laufen! Muss ich hier nach... Wait. Kann ich auch nach unten gehen? Weil dort war ja eine Leiter. Ne, ich glaube ich muss nach unten. Ah, hier fängt die Musik an. Deswegen gehe ich erstmal oben schauen, wo das hinführt. Ich hoffe ich kann noch zurück. Okay, wahrscheinlich nicht. Nee. Hä? Jetzt kann ich sowieso nicht mehr zurück. Ich glaube das war wieder ein Secret. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht mehr. Hm. Ja, das war ein Secret. Will ich jetzt zurückspulen, um das Secret mitzunehmen? Dann... Komm schon, du kannst dich dort... ...dran hangen. Gut, dann hab ich's Haus verpasst. Gut, dann hab ich's Haus verpasst. Schade. Ja, nee. Komm. Okay. Aber wait. Oh shit. Okay. Gut. Dann sollte nicht direkt... Okay. Okay, gut, das geht auch nicht. Hm. Ich find die Tode ein bisschen zu witzig. Ich bin jetzt einfach mal so frech und hab halt jetzt... ...zurück gespult, so gesehen. Aber mich interessiert, was da passiert. Wenn ich auch diesen Knopf hier drücke. Wahrscheinlich hab ich schon was verpasst vorher. hier. Ist das überhaupt ein Knopf? Man kann hier nichts machen. ... Ne, keine Ahnung, was da passiert. Und soll ich's jetzt anlassen? Ne, ich... ...zerstör's. Doch, doch. Doch, doch. Ich glaub, das ist die richtige Entscheidung. Wahrscheinlich könnte man es auch anlassen, dann würde man... ...wahrscheinlich sehen, was... ...bei den anderen... ...ähm... ...Kabel passiert. Wenn das Ganze anwehren. Wenn das Ganze anwehren. ...kabel geht ja weiter. Aber gut. Ich dachte, es wär hier ein Knopf. War's aber nicht. Und dann gehen wir jetzt dort... ...hier mal die Leiter hinunter. Und schauen uns an, was dort unten ist. Okay, nochmal so ein Teil. Ein dunkles Fundament. Gut, dann hab ich wirklich ein Secret verpasst, so gesehen. Und wahrscheinlich etwas... ...ausschlaggebendes in diesem Spiel. Dann war's ja doch keine schlechte Entscheidung. Die Maschinen dort einfach wie Zombies hinunter. Äh, heran. Herum. Okay. Was passiert hier mit den Leuten? ...Oh, das ist ... Mit Zombies. Is he crazy else? Ich habe ein bisschen Angst, was uns hier erwartet und vor allem was mit diesen Leuten geschieht. Okay, ein Schalter oder Hebel, irgendwelche Maschinen, angeschlossene Leute, ich glaube sie brauchen wie für den Lift. Was kann schon schief gehen? Okay. 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 Wie kommen wir da rein? Los, los, los! Wie soll man das schaffen? Hä? Wie soll man das denn bitte schaffen? Und er ändert sich irgendwie der Rhythmus? Wir haben ja echt keine Zeit. Wie soll das bitte gehen? Kann man bei den Leuten hier was machen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Okay, vorher öffnen. Nee. Okay. Nicht bewegen bringt auch nichts. Ich schau mal, ob ich die Tür vorher schon öffnen kann. Was ich nicht unbedingt denke. Ja gut. Ich habe nichts gesagt. Man kann die Tür schon vorher öffnen. Das ist nicht so logisch, aber gut. Bye! Bye! Was hätten wir? Weiter geht's. Oh shit. Oh shit. Holy shit. Oh. Okay, nur so... Gut. Ich wollte nur schauen, was passiert. Gut. Sorry, muss das sein. Shit. Hm. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, wann die loslaufen. und wann sie stehen bleiben. Und wann sie stehen bleiben. Vor allem, wenn man beobachtet wird. Ich glaube, das war knapp. Äh. Was? Was? Hä? Wieso muss man springen? Okay. What the hell? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wir werden sehr beobachtet. Und wieso ist dort ein Junge? Wieso ist dort ein Junge? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Das Spiel macht einen sehr nervös. Und angespannt. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Die Lücke ist ein bisschen zu klein vor uns. Unser Herzschlag. Da ist ein Hund. Ich glaube wir müssen davon rennen. Aber wohin? Rechts oder links? Run, Forrest, run!